Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich ein bisschen über die Lage der Unsicherheit sprechen und mit diesen vielen Meinungen und Wahrheiten, die da draußen rumkursieren. Ich möchte da beginnen, dass wir ja nicht so erzogen und sozialisiert werden, darauf zu achten, dass das stimmig ist, was wir fühlen. Wir kommen ja auf diese Welt und haben einen natürlichen Instinkt, natürliche Bedürfnisse und lernen aber als Kinder ja schon sehr schnell, dass das, was für uns stimmig sich anfühlen würde, sei es mit dem emotionalen Ausdruck, den wir gerade spüren oder mit dem, was wir uns wünschen oder wie sich etwas für uns anfühlt, wird sehr schnell maßgeregelt oder wir werden sozialisiert, müssen unsere Regeln halten. Ja, das ist dann auch im ganzen Schulsystem, ist alles schön vorgegeben, wie man das zu machen hat und das Gefühl, was sich für uns, in uns stimmig anfühlt, das wird nie, ich sage jetzt mal, gefördert oder gar anerkannt. Oft ist es sogar so, dass wenn sich ein Kind in einer bestimmten Weise verhält oder gerade einen emotionalen Ausbruch hat oder irgendwie merkt, dass es das jetzt nicht möchte und dann geht es in die Richtung, dass man das nicht wahrnimmt. Ja, es geht ja nicht darum, dass man bei allem jetzt ja sagt, aber dass man das Wesen in sich wahrnimmt in diesem Augenblick. Das wird nicht gefördert, was natürlich dazu führt, dass wir gar nicht mehr lernen oder nicht mehr wissen und oftmals auch diese Verbindung blockiert oder verloren, wobei verloren ist nicht das richtige Wort, weil die Essenz und die Verbindung ist ja immer da, aber die Konditionierungen unterbrechen quasi diese Verbindung zu diesem inneren Gefühl von, ja, so fühlt es sich richtig an für mich, so fühlt sich stimmig an und ja, das ist meine Wahrheit. Und was ich so spannend finde, ist, dass im Moment ja sehr stark, jetzt da in diesem Jahr 2020 ganz viel passiert, wo wir so viele Meinungen, so viele vermeintliche Wahrheiten, weil jeder seine eigene Wahrheit nun mal hat und das ist ja auch in Ordnung so und das ist einfach so, weil jeder sein eigener Filter hat, ja, jeder hat seine Konditionierung, seinen eigenen Filter und dadurch natürlich auch seine eigenen Wahrheiten. Und zu sehen, dass wir da inzwischen im Dschungel sind, ja, wo wir uns eben an bald nichts mehr im Außen festhalten können oder etwas als Sicherheit bezeichnen oder uns festhalten können, weil alles anfängt zu wackeln, ist ja genau das, was passiert, dass diese falschen Sicherheiten oder das, was eben nicht unbedingt die Wahrheit ist, sich anfängt aufzulösen. Und das bedeutet, wenn du in diesem Dschungel stehst, ja, wo du dich langsam oder sicher vielleicht auch verloren fühlst, weil du nicht mehr weißt, was sollst du jetzt noch glauben, ja, was ist die Wahrheit, die einen sagen das, die anderen dieses, die Informationsflut ist unheimlich groß, die Sicherheiten, die wir uns bisher gehalten haben, sei es jetzt von Regelungen auf den Start her und so weiter, all das scheint im Moment so ein bisschen ins Wanken zu geraten und in Richtungen zu gehen, wo man sich vielleicht fragt, hm, das fühlt sich aber nicht so gut an. Jetzt, was kannst du machen, wenn du dich verlaufen hast im Dschungel? Ja, wenn du im Außen orientierungslos bist, weil du dich an nichts mehr orientieren kannst, dann führt nur noch der Weg nach innen und ins Innehalten. Ja, wenn du im Außen nichts mehr hast, wo du dich festhalten kannst, sei es an Sicherheiten oder Wahrheiten, weil alleine dadurch, dass man sieht, dass es so viele Wahrheiten gibt, wie Menschen auf diesem Planeten, zeigt ja schon auf, dass alles Wahrheit ist oder nichts Wahrheit ist. Ja, und das ist ja so, dass es immer noch eine Wahrheit tiefer drunter gibt, immer noch eine bewusstere Sichtweise, sage ich jetzt mal. Und deshalb sehe ich das, was im Moment geschieht mit diesen vielen Unsicherheiten, diesen eben, man weiß nicht mehr, woran man sich orientieren soll im Außen, ist für mich nichts anderes als im höheren Plan, dass wir wieder lernen, nach innen zu gehen. Ja, dass wir lernen, nach innen zu fühlen und diese Verbindung zu uns selbst zu stärken, um rauszuspüren, was ist es denn, was sich für mich stimmig anfühlt in diesem Moment. Und ich spreche hier nicht von Ego-Wünschen oder Zielen oder ich will jetzt Macht haben und all diese Geschichten. Nein, es ist ein Gefühl in dir drin, ja, dieses Bauchgefühl, dieses herzöffnende Gefühl, dieser innere Kompass, der dir sagt, okay, das fühlt sich irgendwie gut an, ja, das macht mich frei innerlich, da kann ich aufatmen, das fühlt sich so, ach, ja, das fühlt sich gut an. Ja, dass wir dieses Gefühl wieder lernen zu stärken in uns, denn es ist so, alles, was für dich vom Herzen her stimmig sich anfühlt, da kannst du darauf gehen, dass es für alle im höheren Sinn auch stimmig ist, auch wenn das vielleicht das im Außen manchmal auch aneckt, aber wenn wir im Herzen sind und aus dem Herzen handeln, dann kommt es aus einer tieferen Ebene und aus der Ebene der Liebe und dann ist es auch, und so ist das Universum gestrickt, ja, dann ist es auch stimmig für das grosse Ganze. Und deshalb hoffe ich, dass du diese Situation oder ich empfehle einfach diese Situation, die im Außen im Moment herrscht mit diesem Chaos, ja, wo Dinge auseinanderbrechen, wo viele Ängste hervorrufen, wo der Boden anfängt wie zerbröckeln nach einem Erdbeben, wo man das Gefühl hat, oh, vielleicht falle ich da nächstens in eine Spalte hinein, dass wir dadurch wirklich das zum Anlass nehmen, noch tiefer diesen Sicherheitsanker in uns selbst zu finden. Denn gerade in der Schweiz habe ich immer gesagt, wir haben so ein starkes Sicherheitsdenken, und die Sicherheiten, die uns vorgegeben, uns einsozialisiert werden, diese Sicherheit ist eine Illusion, ja, es gibt keine Sicherheit in diesem Sinne. Und wenn das natürlich wegfällt, ja, dann fängt es an, für viele schwierig zu werden, was ja beweist, dass es keine Sicherheit gibt. Aber die gute Nachricht ist, in der Verbindung zu dir selbst, da wirst du immer Sicherheit und deinen Anker finden, weil da wirst du ein ganz anderes Gefühl für dich und das Leben selbst bekommen. Und dann kann dich das im Außen auch nicht mehr so erschüttern, weil dann bist du stets in diesem Auge des Sturms, weil du in dich fühlen kannst. Und damit eben gewisse Systeme ja sich auch verändern können, weil die teilweise tatsächlich in den letzten Jahrhunderten einfach durch Machtmissbrauch diese, ich sag mal, Ungerechtigkeiten in dieser Welt geschaffen haben. Dafür ist es nötig, dass die nicht mehr Leute haben, die ihnen ständig folgen, aus Angst oder aus anderen Gründen, sondern dass wir dadurch, dass wir selber unsere Meister sind in uns selbst und fühlen können, was sich die Wahrheit oder was sich stimmig und richtig anfühlt, aus der Liebe heraus, dann sind wir auch nicht mehr abhängig von solchen Systemen. Und dann muss sich das System auch verändern. Das ist ein bisschen so, wie John Lennon in The Matching gesagt hat, stell dir vor, da ist Krieg und keiner geht hin. Ja, stell dir vor, wir haben all diese Machtkonzerne oder was auch immer oder Systeme, die wir haben, die diese Ungerechtigkeiten erschaffen. Wobei wir dazu natürlich sagen müssen, wir erschaffen sie gemeinsam. Ja, wir sind alle Teil von allem und wir schaffen alles gemeinsam. Aber der Weg jetzt da hinaus oder in die Veränderung kann eben auch nur darüber führen, dass wir wieder zu uns selbst kehren und aus diesem Bereich und aus dieser inneren Wahrheit und der inneren Orientierung, aus diesem inneren Kompass uns leiten lassen und eben nicht aus diesen Vorgaben im Außen. Und viele von euch, die kennen das schon. Es gibt ja viele, die meditieren, die bereits schon in diesem, ich sage jetzt mal, Punkt gefunden haben in sich, wo sie sich vertrauen können. Aber im Moment geht es wirklich darum, dass die große Masse dahin bewegt wird, um zu erkennen, dass eben diese vermeintlichen Sicherheiten keine Sicherheiten sind. Und dass da was viel Größeres und Schöneres und Weiteres vorhanden ist, das du aber nur in dir selbst findest. Und da ist dann wieder dieser Weg zu Bewusstsein, der nie aufhört, da geht es immer weiter. Und deshalb ist es auch gut, wenn man wirklich so als Beispiel auch vorgehen kann oder einfach diese innere Sicherheit lebt, weil dann gibt man auch die Unterstützung alleine durch seine Ausstrahlung für andere Menschen, die vielleicht orientierungslos sind und nicht wissen, wie sie sich in einen inneren Kompass richten können oder was da gerade passiert. Das wollte ich einfach so in einem Video teilen, dass sich diese Situation, wie sie im Aussen im Moment ist, ist für mich, wie ich sie wahrnehme, geht einfach in diese Richtung, dass wir mehr und mehr wieder in Verbindung mit uns selber kommen müssen, dürfen. Denn darin werden wir anders miteinander umgehen und anders mit der Welt umgehen. Und Systeme, wie wir sie, ich sage jetzt mal, mitkreiert haben und genährt haben, weil wir einfach mitgemacht haben, und das auch seinen Grund hat, dass es jetzt so lange so war und jetzt ist einfach Zeit für die Veränderung, hat damit zu tun, dass wir eben diese Verbindungen uns selbst wiederherstellen dürfen. Daher ist es eine unglaubliche, befreiende Zeit, die wir hier angehen. Wir sind uns dabei, frei zu machen von ganz, ganz vielen Dingen, die wir sowieso schon länger nicht mehr so wollen. Denn es geht ja auch darum, dass wir sehen, im Endeffekt sitzen wir alle im gleichen Boot und wünschen uns alle dasselbe. Wir wünschen uns Liebe, geliebt zu sein und dazu zu gehören und solche Dinge. Ich hatte mal von jemandem gehört, es gibt nur zwei Ängste, die Angst zu sterben und die Angst, nicht geliebt zu sein. Wobei die Angst, nicht geliebt zu sein, eigentlich wieder in diese Angst des Sterbens geht, weil wir wissen, wir können alleine nicht existieren. Und gerade deswegen ist es auch gut, in all diesen Kämpfen oder diese Kontroversen, die da stattfinden, dass wir nicht vergessen, dass wir im Endeffekt alle in die gleiche Richtung wollen. Auch wenn das vielleicht manchmal nicht so aussieht oder sich gewisse dann noch in die andere Richtung paddeln. Aber indem wir uns selber in uns stärken und eben diese Verbindung herstellen, nähren wir ja damit wieder dieses große Feld und sind vielleicht eines Tages wirklich die Leuchttürme, was wir teilweise auch schon sind, für die große Masse oder für zumindest das Umfeld um uns herum. Genau. Ich hoffe, du kannst diese Zeit auch für dich nutzen. Es passiert wirklich sehr, sehr viel gerade, wo all das wegfallen darf. und das ist manchmal natürlich auch mit Schmerz verbunden und leiden, was aber im Endeffekt in, ich sage jetzt mal, auf langfristiger Sichtweise und auf der Ebene der Seele und des Herzens in eine Richtung geht, wo wir doch die Veränderung sind, die wir für unsere Welt wünschen. und dafür entsteht das Chaos neue Ordnung und dem Chaos muss erst aufgeräumt werden, weil wir wollen ja nicht weder aus dem Alten das Neue machen. Genau. Ja, ich wünsche dir alles Gute, falls du mal Unterstützung brauchst individuell, dann kannst du dich gerne an mich wenden auf meiner Webseite erdengel.ch findest du einiges, auch gewisse Hilfsmittel oder auf meinem YouTube-Kanal. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Zeit.